herzlich willkommen zurück zur höhlen erkundung hallo auch meinerseits hier und ich wollte direkt ein nicht inventar ich weiß nicht ich mache es einfach mal meine fackel an auch wenn die extrem schnell wieder ausgehen wieso machst du jetzt so ein ding weil ich hunger habe gut ich auch warte mal meine fackel schnell aus so ich nehme gleich fisch weil ich glaube fisch vergammelt schneller ja ich habe auch mal ein fisch drauf aber ist es nicht ja das liegen zwei fische drauf sehr gut das ist so dunkel ist und das lagerfeuer macht auch kaum licht du bist nicht weitläufig man die fischer brauchen aber ganz schön lange es gibt so gut dann noch ein schlück trinken das ding ist leer warum ist es leer wir haben es doch aufgefüllt ich habe nichts zu der topf nein bei mir auch die flasche die flasche ist bei mir voll voll kacke dann warte ich bis ich fast zu tode durchstunden dringend nur so oder so das steckt dann auch meine energie und so die fackel bringt aber gut licht muss man sagen dass du die geht ja warte ich habe eine idee man kann jetzt weg springen mit dynamit die ist auch angezeigt die idee hatte ich ja gerade ja ich probier's mal gut aber vergesst nicht musst du erst davon sind hast du die bombe ich noch mal gefunden jetzt ich habe ehrlich gesagt nicht gesucht erwerft das teile weg ja das habe ich fast vergessen okay ich gehe mal ein stück zurück alter deshalb bei mir voll geleckt ich laufe einfach durch die steine durch nicht ernsthaft ach jetzt noch mal mein gott du musst dich echt den weg weg da ach so ne ich habe mich angezogen hast du sie wieder keine ahnung mir wurscht das schockt mich nicht so dass man die immer wieder anziehen so glück fliegt die nicht zurück weil die jedes mal bei der explosion leckt das wie kacke bei mir aber ja egal ich sehe ich mache jetzt die waffe wieder aha ok jetzt sind wir jetzt mal gucken du bist es der dark herzmann der dünge haarige mann es ist naja vielleicht kommen wir ja da wohin hoffentlich packt es ist nicht bei mir um ich kann da hoch will ja nix sagen aber ich glaube es ist alles verpackt hallo kommst du beim müssen irgendwie seit vorhin verpackt wo du wo wir eigentlich weglaufen wollten komm das muss funktionieren komm schon jetzt das kann jetzt nicht sein das kann echt nicht sein ganze medizin 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 noch mal medizin das ganz viel medizin ich komme mir nicht mit die seite hoch seit vorhin der typ hat mich vom seil runter gehauen ist ja aber ich hätte ja auch einmal vom seil runter gehauen ja aber das geht oder ist einfach nur zu doof dafür wirst nein ich drücke die ganze zeit e ich bleibe auch auf e drauf ja gut ich konnte weiter ohne dich die insel die hülle was ist das denn jetzt kann ich mich dann irgendwie tippt dann was mache ich denn jetzt hier auf da gibt es auch entlang alter hat mich jetzt gerissen ist es ekelhaft heilige maria gottes weiß nicht ich komme jetzt nicht hoch muss aber viel akku haben das handy wenn es jetzt noch leuchtet ich weiß halt nichts glaubst du ich sollte vielleicht mal spiel neu starten hier ist licht an ja ich sag ja warte ich komme mal schnell zu dir runter wenn ich dahin wieder hin findet so wollen wir schnell mal ein shelter bauen ja genau dann speichern kann und dann so pass auf büttel bauen bauen ab schon hingebaut okay oh gott haben wir zu viel wie soll man da jetzt reingehen du bist doof anders aus wie sonst kann es sein nein du hast es nur in die wand reingebaut doof ja es gibt nicht andersrum wir müssen ja von anderen seiten des eingangs und hauptsache können speichern können auch mal schlafen glaubst du was haben einfach mal schlafen und dann probieren ja das könnte auch ja obwohl jeder kommt uns heute hier stehen wenn ich hier stehe ist da kann ich drücken ja bei mir steht auch drücken aber es passiert dann nichts ist echt scheiße irgendwie schaut das symbol direkt an ich kann das einfach nicht neu starten mir sofort da ich kann es nicht verstanden ja gut also dann verabschiede ich mich mal ganz kurz und statt es soll ich hier weiter laufen lassen und weiß nicht wie immer was machen wollen wir könnten sagen wir zusammenschneiden ja das könnten wir könnten wir ja also hier mal ganz kurzer cut ich bin gleich wieder zurück bis gleich ciao hallo zurück hier sind wir wieder und erfreuliche nachricht es funktioniert bei mir ja Gott sei Dank endlich jetzt jetzt wir jetzt bei mir nicht nein Spinn ja das wäre natürlich das krasse da gehen wir direkt weiter hier so so und da 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 das oder oh ich meine Fackel noch mal raus hier ja so kacke das nicht geht ne so äh wie meine Fackel ist äh okay was ja vorm speichern habe ich ja alles kaputt gemacht also die wand habe ich eingerissen okay dann bitte reist die wand mal ein die ist okay da war das ganze medic zeug drin das kann ich also man könnte so eine medikamenten tasche auch noch gebraucht ja die wäre ich nicht mehr mit irgendwie schon wenig bitte schlagen sie diese wand ein und gehen sie rein ich habe mich doch voll erschrocken mann wieso ich werde plötzlich so zwei zwei kämpfe da voll hell auf dich kann man es aufnehmen das handy muss ganz schön wie akku haben wenn das jetzt noch so leuchtet ach so da geht es ja weiter dann ach hier liegt irgendwas ja aber woanders geht es auch weiter ich glaube hier ist ein überlebender ja überlebender du bist das ist gleich wie das buch a dark man ach hier ist auch wieder sein necks ich esse jetzt mal ein snack und nehme das snack und kriege ich meine energie ein bisschen so ist trying to harm you will das sind die ganze zeit jetzt die armbänder wie so so viele medikamente und ich kann das ist vertraue ich ja bestimmt auch hier sind voll viel snacks ja leider habe ich und noch mal eine armbanduhr ich findest du mal armbanduhr und ich finde die nicht bei den leichen sind nach hinten ist noch was da sind kommen angucken das ist ein armband dann ist sie noch ein snack so jetzt habe ich volle energie und nehmen noch ein snack mit schade die snacks würde ich voll gern mitnehmen aber ich habe keinen platz ich habe einfach mal wieder was gegessen ja ich auch aber ich bin ja voll voll ich habe noch was gegessen vielleicht hält es irgendwie an ab gut da geht das zeit hoch gut zu wissen aber schauen wir mal noch mal zurück oder ich esse noch eins oder zwei jetzt ist da hinten licht gewesen ach so okay ach da ist eine armbanduhr sehr schön ich wünschte die fackeln wird ein bisschen länger irgendwie dran kommst du ja das ist ja ich guck mich noch ein bisschen um falls wir was vergessen haben wir das ja wir kommen da wahrscheinlich noch mal zurück dann ich weiß ja nicht da geht es ja auch ganz schnell entlang nach vorne okay da geht es ganz schön weit nach oben da geht es ja auch ganz schön weit nach vorne ich weiß nicht 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 dein ernst was machen wir jetzt fucking spinnen mutanten scheiße kill es einfach ja ich trau ja viel auf diesen behinderter alter ich treff das nicht einmal ich will mich so eklige geräusche von dir geben spinnen mutanten ich treff das nicht einmal alter ich mach extrem viel ist tot alter war ja easy alter der bin voll erschrocken man von woher kommt der da runter gerannt ey maaaane fresse ey Alter das Feuerzeug bringt gar kein licht mehr man früher hat das ein bisschen mehr Alter was ja irgendein pssst Alter viel licht hier oben da sind zwei zwei leute links von uns oh ja hä hast du das auch grad gesehen was der stand vor mir und durch sich zacken war der an der decke in der decke wo ist der hängt an der decke der fällt runter ja ich hab's dir gesagt gehabt ja genau macht die kack animation was ist das Alter ich dachte da ist so ne riesenriese aber ja weil ich nur seine beine gesehen habe aber der stand nur auf den scheiß was ist das da ist noch einer jetzt hör aber auf ach du scheiß wie viel ist hinten hier hier sein kopf ist voll verdreht weg mit dir man kann sein dass man irgendwie grad du hast so viel licht dass du nicht glaub da haben wir irgendwas mit der hausung gefunden von denen meint du das ist ein nest oder wie da überall die ganzen komm halt komm komm jawoll ja ja schlag mich und jetzt ihn und dann ja ist ja schön ja stimmt haben wir die ganzen dicks hier wieder collecten ja meine meine ding ist ein bisschen down meine rüstung kann's doch nicht sein man hört's aber auch ja ach Gott sei eh so jetzt reichts oder jetzt kann man mal in ruhe mal kurz ein bisschen durchsuchen hast du denn noch ne noch ne ding was noch ne flair oder so weil ich sehe ächt gar nichts Flair habe ich ja habe ich warte ich mach schnell die ah da ist anscheinend noch irgendeiner weil ich hör einer raten höh häh 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 höh ich ein das licht das freut mich schon mal ist ein generator oh meinen g verein wenn wir den mitnehmen könnten wir wollen das ist nicht so nicht wieso halt auch das ist ein Koffer zum Aufmachen nach Flares ne oder denom, ne das ist ein Flares ja gut paar Flares ach hier ist auch ein paar Flares können wir schon mal mitnehmen ich habe ja noch, ich habe ja kaum noch recht ach hier ist wieder eine Tauchstation kommen wir hier oben ob hier irgendwas schönes ist aber hier ist nichts versteckt nö ne da ist nichts nö ähm wollen wir hier, was machen wir jetzt, erst das Seil dort erst hier tauchen dann wirst du hier mal kurz tauchen ob sie weiter gehen vielleicht ist es ja wirklich nur ne Ding ja aber es ist halt ach das hasse ich immer wenn es so mehrere Wege gibt ich meine das kann sie nicht entscheiden ich sehe gar nichts da ist irgendwas ich sehe gar nichts da ist irgendwas ja hier gehts weiter glaube ich ach du hast ne Flares reingeschmissen ach du hast ne Flares reingeschmissen du hast ne Flares reingeschmissen achso ähm hast du Ding angezogen ich zieh mal meinen Atemschutz an ne äh da ist er ja da sehe ich irgendwas lol ich sehe überhaupt nicht mehr immer noch alles so verschwommen aber wenigstens ein bisschen Licht doch doch da gehts richtig weiter da schwimmt ein Arm ah ja komm jetzt schwimmen jetzt sind wir schon hier drin jetzt schwimmen wir schon ach so nach oben komm oh ich höre schon wieder die Geräusche oh ne schau mal über dir ich seh grad nicht so viel ah ok ich seh ja an equip und er kommt hier ist ein Meere ach es ist halt so dunkel hier uhr alter der hat mich gar schon weggestoßen Typ ich frier natürlich jetzt ne und ins Wasser mit dir ich tippte da oder ja schön so ist so dunkel warte ich kann hier nicht hier hin ach du scheiße ok das sind nochmal zwei Alter die stoßen mich mega weg sind die jetzt wieder ins Wasser gefallen ne doch einer ist da noch da oben da ist noch einer Alter ist grad voll Panik hier angesagt ich bin hier voll wo sind die da kommt noch einer zack sicher gehen so meine Güte ey ja ich hörs immer noch ja ich auch da gehst glaub ich noch um Fackel weil ich frier ganz schön hier ja Moment ja ok hier gehts nach oben Alter das sind echt große Höhlen weißt du das krass ja ich würde aber sagen erstmal da nach hinten gehen blöde sich keine oh da so alter drei so kleine kackviecher ey molly ne achtung über dir schaust du mich so an was geht es geht dich nichts an was ich mit deiner frau mache jetzt hier hängt sie doch nur im Kopf hier im harte schuh das sind ein paar zähne die kann ich mal hier brauchen jetzt friere ich schon wieder da lebt ja noch da waren es immer noch welche hast du alle drei kleine gekillt bin wir nicht sicher warte ich werfe mal eine flair da hinten rein ne da das sind welche drei stück oder zwei ja ich kriegst du nicht es muss auch da muss mich nicht schlafen was ist das denn was denn was denn was denn was denn was denn hast du dir ein Herz drin das sind zwei Herzen ich glaube das ist echt so eine Ding von Schlesen ne hier oben aber da geht es auch noch oben ich hab voll Angst das will ich noch rausfinden hier rausfinden tun wir schon aber wahrscheinlich ich möchte halt wirklich alles irgendwie erkunden das ist halt alles hier dunkel das wäre schon allein war ja ganz am Anfang war doch der eine See wo wir da rein hätten können den werden wir schon nicht mehr finden so weit werden wir nie wieder zurücklaufen da ist ein Koffer ja ja wie die Koffer aber hier her kommen also ich will ja nichts sagen aber wenn so ein Flugzeugabsturz wie so landen Koffer ach ich kann was dickies erstmal wieder was ach nochmal was ach hier ist Ende kann das sein das wäre mal nice na doch nicht da ist ein Seil ach gibt's doch nicht ich möchte irgendwie mal ein Ende haben hier aber kann man hier eigentlich am Wasser warte kurz das Wasser kann man das eigentlich in den Topf tun ich glaube nicht ne da hinten am Wasser warte das mach ich jetzt ausprobieren boah ich seh gar nichts äh wo bin ich hier ich seh nichts mehr marte das muss ich jetzt kurz ausprobieren oh da lebt noch einer ich hatte keine Waffe ausgerüstet man wieso lebt der noch wo kommt der her ich freu mich nicht meine Güte aber da lacht ja da ist ja immer noch eine äh lol sind die gerade nur respawned alter 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 da sind wieder alle da oder vielleicht sind die irgendwie außen wasser da wieder außen was das kann sein entweder außen wasser oder vielleicht waren die an den Decken lol da packt rum das war jetzt äh okay geht das? ne alter ist immer noch einer ich hör den noch alter kann es sein da oben an den Decken doch doch an den Decken das ist ja grad von der Decke runde wo ist der hin? ist das Wasser? aber ich hör ihn kann es sein dass sie vielleicht nicht schwimmen können aber auch nicht sterben müssen uah ich hänge oh Gott ich bin schwimmen gut aber jetzt müssen wir uns mal entscheiden was wir machen ich geh jetzt mal einfach mal da hoch ich dachte wir gehen da an der ist an achso ja gucken wir erstmal da wo es da lang geht oder? ja ja ne wahrscheinlich kommt es immer ich glaub wenn der andere mal ins Seil ist dann kommt es hoffentlich in den gleichen Raum so ähm ja das ist auch ein Seil ne was da ne da hinten ist ein Seil achja stimmt ja da hinten ist nix das ist einfach nur ach gehen wir jetzt da hoch ja gehen wir auch mal hoch jetzt ich hab voll angst wenn du voll nach oben guckst die Spitzen alter krass ja ja wenn der mal runter fällt ey ich weiß nicht wie viele Batterien haben wir eigentlich kann man nicht ich weiß nicht kann man nur geht die echt leer? Batterie 83% ja Tatsache ja 93% bei mir ja wo sind denn Batterien eine also ich glaube ich kann einmal nachfüllen aber wo hast du Batterien? wo steht das bei dir? ganz oben auf dem Rucksack sind die das sind neben beim Bogen da das ist so ne Schachtel irgendwie ja ich hab vier du hast vier Batterien? weißt du die her? weiß ich nicht ah das sind vier so Packungen normal öh da krabbelt einer der packt aber rum ach ja wegen Uhrzeit jetzt wollen wir hier vielleicht mal ganz kurz einen Cut machen oh ja das wär weil die 20 Minuten sind ja wieder vorbei ja das wär ganz nice ja na gut dann ähm ja danke fürs zuschauen bis zur nächsten Folge tschau tschau